Von Andy, von Andy. Lach, lach, lach. Ben, Ben, Nummer 5. Ja. Hühnchen schlafen? Klar, das versteht mich. Ich will auf dich zugehen und dich schlagen. Mach den so gut, dich schlafen. Das hat, äh, den Kleider geschossen. Was ist das hier los? Was ist das los? Was ist das los? Boah, ich bin los. Was ist das los? Was ist das los? Friss das! Sehr schön. Absolut. Warum blickst du das? Du musst einfach nur deinen Glitz in mir blicken. Pikachu machst einfach machen. Dann schießt du nur den Glitz in mir. Ohne dich zu bewegen. Ja, den musst du jetzt mal aufladen. Ja, ne, es blinkt ja schnell. Da hast du gesehen. Ach so. Das lädt sich aber ziemlich schnell aus. Zieh dir, Nummer 5. Yeah, tschüss. Was? Ich gucke die Fauder hinzu. Ich gucke die Fauder hinzu. Ich gucke die Fauder hinzu. Ja, ich gucke die Fauder hinzu. Eine Fauder hinzu. Was ist das denn? Der reitet da lang und der macht den Fauder hinzu. Wecker. Ja, voll in die Explosion und mich reingekommen. Ja. Ich gucke die Fauder hinzu. Ich gucke die Fauder hinzu. Oh Gott. Wie fliegst du weit? Ja. Ja. Hier, du Bache. Müller. Was macht er denn da? Ach ja, die Brücke ist neu gefahren. Ja, das ist doch eine Bühne wieder. Ja, das ist recht. Ja. Keine Ahnung wie auf Traube kürt. Keine Ahnung wie auf Traube kürt. Ja. Ja, ja, ja. So ähnlich. Ja, gutes Technik. Ja. Ahle, ja. Ich wollte dich gerade draufschneißen. Ja, ja. Guck mal, ich weiß. Das ist doch. Ahle, ja. Poh. Back here! Curry, Curry! Ich wusste, dass das passieren sollte! Back here! Ja, genau! Ich hab meine Aktion eingeschmissen! Thomas, verstehe ich nicht, die Aktion ist eigentlich voll schnell, die hier. Die hat er jetzt dreimal nicht gemacht. Ja, du rollst dich ja in mir rein! Ja, genau! Was kann denn der Roboter? Was kommt denn los auf jeden Fall? Ich glaub, der war nicht so gut, der ist gleich. Da kommt so ein Laser aus dein Kopf, so eine Laserspirale und dann kannst du... So wie diese Feuerpflanze, die die Frau dir hertreiben kannst. Da kannst du uns dann die ganze Zeit eingreifen. Da kommt so Schlitzer aus dein Kopf. Du brauchst nicht mal an-difen. Aber du kannst dann eine Explosion, glaub ich, machen. Du stehst ja nur vor dir. Ja, das ist schön! Ja, ich schlag zuerst aber egal, ey. Der ist so dreckiger... Das Ding ist... Ja, gut. Geh weg zuerst! Ich versteh's nicht. Ich drück die ganze Zeit und es passiert nichts, ey. Bis die Brücke jetzt weg ist. Ey, das gibt es nicht! Ich kann mich nur mit Zelda mit dir... Da vom Panzer retten und los. Ja! Was wär's noch? Na. Das ist so schrecklich. Woh! 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 ja tschüss feiko ist zu schwach alter und er fliegt auch zu schnell raus der bei ist er zwei defizite zu schwach und fliegt zu schnell raus wie kriegt man noch mal wohlbar nicht 500 spiel insgesamt ja es geht ja schnell wenn du einfach nur start guck mal so ein special brawl auf beide mit blumen und der gegner hat nur ein leben ja und dann weg und dann gehst du mal schnell wow der sound defekt super sauerchen kannst mir sagen was du willst wenn er feiko holt mache ich das auch gegen die entgegen dazu haben wir das noch mal ja aber merke es ich spiele wahrscheinlich anders als ihr keine ahnung ich merke auf jeden fall dass ich das stört wenn ich gehen will und schlagen will macht er immer bei snake ist es er rum seinem granatwerk heraus das soll er gar nicht er sollte seine schlagcombo machen oder sein kniegel schau doch mal los schau schau ja ich bin gleich raus geflogen ich hab gar nichts drauf geachtet was da passiert ich verstehe das nicht ich will nach vorne gehen ich bin gleich raus ich bin gleich raus was ist das für kathke gespart gegen diese 290 oder oh oh 95 was geht ja nicht ja nix ja was warst du da alleine ja ja und schrafen sie sich selbst ja 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 das ist sowas von nervig ja 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 im ich will so doch nicht richtig Ich bin echt gerne. Ich stehe doch gut mit dem Klang. Ich glaube. Lass mal alle Teile los. Ich schlieb der Schlange Ersatz oder was? Ich spiele auch viel ruhiger jetzt. Ah. Ja. 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 Hau ab mit dem Scheiße. Nein. Sehr schön. Mach weiter. Ich schieße immer mal hier rücken. Du schießt immer. Na, dann musst du doch. Das war für ein Burger. Ja. Das ist eigentlich ziemlich gut, wenn man nicht nur am Nerven die ganze Zeit ist. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Kicks war das und er ist noch okay. Nein. Ja. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist so. Man, der sieht... Ah ja, das war ja gut. Du steckst, du steckst das da gerade irgendwo fest. Es gibt so nicht, ja. Ojojo! Ja, warte! Was? Oh nein, nein! Er hat mich gepackt! Das hat geklappt, aber reine. Das war so... Ja! Ich dachte, er hätte dich! Versucht er in jeder Staffel, ja, aber du packst das auch. Ja, ich hatte sogar eigentlich die Kontrolle. Ja, warte, wir wenden den Kampfer. Warte, wir wenden den Kampfer. Warte, wir wenden den Kampfer. Ja, oder? Ey, ich schiebe noch mal runter jetzt. Ja, was ist das für mich? Du? Zukren, du? Ja, ich hab die Kampfer aus. Ja! Ich hab die Kampfer aus. Das mein ich, was ist? Das ist ja verzückt. Nein, das nervt so ab. Da ist da noch eine drin. Würde ich sagen, dass ich den Kampfer aus bin. Ja, gepackt. Ja, stirr! Er kommt zu dir! Er kann nicht hoch springen, er kann nicht voll schlagen, er kann keine Kopfschläge. Er kann nicht zeigen. Wo ist er? Er ist jener Team. Ich weiß wie derf ich das ist. Jetzt weiß ich wie so schlecht aus wie ich fasse. Er soll mich packen. Oh, schießt er rum. Ja! Das ist nur eine Frage der Zeit so schnell. Aber der ist richtig schwapp. Er kommt nicht mehr an ihn ran. Oh nein! Kann doch nicht wahr sein. Die hätte ich gebraucht. Ich dachte das bringt wenigstens was. Diese Schulter-Tackle macht mir viel zu oft. Oh, oh! Tucki! Der Sternbruder wie er jetzt nimmt. Ja, ja, ja! Was ist hier los? Alter, ich... Aiaaah! Kannst du auch gehen. Also... Das ist ein Rettbewerb. Das ist ein Rettbewerb. Das ist ein Rettbewerb. Oh! Ich bin... Nein! Boah... Er ist trotzdem noch rausgenommen, aber er hat ihn trotzdem noch abgelaufen. Hallo? Der hilft auch nicht. Wollte ich jetzt machen, bis er schlägt, der Punkt ist, oder? Nein! Nein! Boah, das gibt's doch nicht. Er dreht aber doch in die falsche Richtung. Nein! Du hast nicht mehr mit gerechnet, ne? Oh, ich hab auch nicht mehr mit gerechnet. Ich wollte die Waffe nicht benutzen. War auch sehr fair von dir. Das ist ein Lama. Das ist ein Lama. Das ist ein Lama. wir kommen zu den Leuten, Vielen Dank.